herzlich willkommen bei flow und benze wir sprechen hier jede woche über themen die dich als neue und junge führungskraft weiterbringen sollen in deiner entwicklung und diese woche geht es auch um ein ganz spezielles thema das glaube ich uns alle betrifft nämlich benachrichtigungen von e-mails von chat messages von handy über computer gesehen und wie man damit umgehen sollte oder könnte und ich glaube der der beste einstieg zu sowas ist ein blog post in den verlinken wir auch in der beschreibung den team ferris vor einigen jahren mittlerweile schon geschrieben hat irgendwie so art titel von lass dein telefon nicht dein leben kontrollieren sondern kontrolliert du selbst quasi dein telefon und irgendwie die gist of it ist wie man so schön sagt ist dass man so viele benachrichtigungen wie möglich ausschalten sollte am telefon neben anderen kleinen dingen die dazu führen dass man nicht ständig auf sein handy schauen muss sondern wirklich nur in dem moment noch auf das handy schaut wenn man selber möchte und da würde auch das stichwort time blocking sehr gut hineinpassen aber ich glaube den den einstieg in das thema haben wir mal geschafft absolut und ich meine du hast das wesentlichste schon gesagt wir könnten schon fast wieder schluss machen ja lass dein handy einfach in frieden und die die wirklich die aussage aus dem artikel ist ja so sinngemäß du sollst dein handy bestimmen und nicht dein handy sollte ich bestimmen und das klingt so einfach und ich sehe es jeden tag in einer ganz anderen form und ich finde das halt eigentlich brutal heutzutage ist vielleicht das richtige wort jetzt haben wir also für die die spät eingestiegen sind so wie ich jetzt habe ich gerade nachgerechnet ich habe es über zehn jahre mein iphone also verschiedenste iphones und 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 man könnte meinen dass in dieser zeit sich eine entwicklung darüber stattfindet eine reflexion darüber wie arbeitest du mit diesem werkzeug und der punkt ist eben es sollte für dich ein werkzeug sein um dich selber deine leistung deine was auch immer produktivität in den vordergrund zu stellen und nicht super du hängst jetzt wie am tropf an einem ding und das hält dich am leben und und begleitet dich durch den tag und ermöglicht überhaupt dass du den nächsten tag erlebst so habe ich es bei manchen das gefühl dass irgendwie dieser dieser prozess läuft und und das hat dieses dieses handy sozusagen alles bestimmt und über den über den tag bestimmt über den ablauf bestimmt über und man merkt das ja oft ich meine muss gleich zum ranten anfangen habe ich überhaupt gegessen wenn ich ein wenn ich nicht ein foto gemacht habe von dem was ich gerade es und ähnliches also es ist ja wirklich meine brutale sache und was du in einer freizeit machst ist uns ja eigentlich prinzipiell ganz egal wobei es auch dort natürlich dann empfehlen würde also gerade so im normalen coaching unter anführungszeichen wo es jetzt nicht unbedingt um führungskräfte geht würde ich auch ganz viel darüber sprechen eben was du mit deinem handy machst weil es halt auch auf deine auf dein familienleben auf deine kinder auf deine partnerschaft massive auswirkungen hat ob ob du es zusammenbringst dass du einfach am tisch sitzt und ist oder ob du einfach die ganze zeit dein handy in der hand halt ist während du das tust und halt irgendwie ich weiß nicht deine letzten nachrichten austauscht oder sonst irgendwas tust also muss ich mir jetzt wieder ein bisschen sammeln nach diesem kurzen rand aber sag du was also weg mit benachrichtigungen notifications und kleinen roten badges die irgendwo auftauchen ja absolut das ist auch so der der wesentliche punkt des ganzen der natürlich nicht nur für irgendwie dass das handy gilt sondern eigentlich auch für andere quasi seit themen die wir hin und wieder besprechen wie e-mails oder chatprogramme die grundsätzliche idee wäre es tatsächlich dass man keine benachrichtigungen bekommt auf keiner oberfläche oder keine ebene die einen ablenken oder aus seiner konzentration rausbringen da geht es halt darum dass man das ganze ein bisschen steuert wann man welche arbeiten oder konzentrationsphasen macht und das thema hat mir schon oft ja da kommt natürlich dann sehr gerne die die kritik oder die rückfrage ja aber was ist wenn ich erreichbar sein muss oder was ist meine wenn meine e-mails ganz ganz wichtig sind und das alles quasi zentral ist für meine arbeitsprozesse und wenn wir da quasi an unser coaching denken würden dann wäre natürlich die erste frage erstmal was sind denn deine arbeitsprozesse genau was brauchst du denn da tatsächlich also natürlich würden wir jetzt nicht gleich reingehen und sagen nein das stimmt nicht das musst du abdrehen das kann dir nicht helfen sondern wir würden natürlich zuerst mal nachfragen welche prozesse denn da drin stecken auf bei und auf dem kann man nämlich teilweise argumentieren dass es für beide parteien und da haben wir über cal newport deep work ganz oft schon gesprochen ist es tatsächlich auch mit kunden kein sonderlich großes drama wenn man bestimmte kontakt zeiten angibt damit nämlich sowohl kunden als man auch selbst oder das eigene team wie auch immer man das dann sagen möchte einfach konzentriert arbeiten können und in dem prozess muss man erstmal hineinkommen das ja stimmt eigentlich muss ich nicht die ganze zeit erreichbar sein weil ich ja erstmal in diesen drei stunden konzentriert an meinem problem arbeite und dann in diesen zwei stunden bin ich quasi ständig für kommunikation verfügbar heißt natürlich für meine andere kommunikationspartner seite dass die das genauso handhaben könnten also dort eine konzentrationsphase haben und dann kommunizieren also da sind natürlich ganz ganz viele dinge drinnen die 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 an unterschiedlichen stellen auch kommen ja also wir wollen jetzt natürlich auch nicht ins detail gehen was die ganze quasi gehirnforschung und lernforschung angeht wo es sehr wohl sehr sehr schnell klar wird dass man wenn man konzentriert arbeiten möchte man sämtliche ablenkungen weg haben muss also sowohl das das handy muss weg am besten aus griffreich reichweite alle chatprogramme aus mailprogramm aus alles auf stumm schalten und wirklich voll und ganz zu 100 prozent auf dieses problem konzentrieren und dann bekommt man da auch was weiter absolut und lass mich da gleich reinspringen nochmal mit diesen e mail ich finde man hat eine volle bandbreite du musst ja nicht crazy monk gehen und sagen ich tue einmal in der woche meine e mails beantworten das wäre so auf der einen seite und die andere seite ist die von dir beschriebene dein handy piepst bei jedem e mail was da reinkommt egal ob das ein spam ist oder nicht und und dann schaust du halt gleich was da passiert und ich meine wir haben schon oft argumentiert es gibt viele leute die kriegen 100 mails sie kriegen 200 mails am tag also jetzt und sagen okay das sind ein paar davon die irgendwie vom verteiler sind aber da bleiben noch immer viele viele e mails über und wenn du das durchdividierst durch einen 10 stunden tag dann kommst du erstmal drauf alle wie viele minuten das ein e mail ist und wenn du jetzt behauptest das stört dich nicht wenn du alle viereinhalb minuten im schnitt ein e mail bekommst beim arbeiten ja dann eben wie du sagst ja dann haben wir ganz andere probleme und themen über die man mal sich annähern muss und ich würde dafür plädieren einfach so diese mitte einmal ein bisschen auszuprobieren ja es gibt leute die sagen es reicht einmal am tag zweimal am tag seine e mails zu checken das mag vielleicht jetzt für den einstieg ein bisschen hart sein und ein bisschen ungewohnt sein für dich für deine umwelt etc aber wenn wir mal argumentieren du wirst sie nicht gut zusammenbringen am anfang 40 minuten 45 minuten konzentriert am stück durchzuarbeiten ja dann nimm doch genau so eine einheit her mach es für 45 minuten dicht und da hast du 15 minuten zeit dich ein bisschen den kopf auszutreten vielleicht gehst du ein bisschen unter kannst in deiner hand deine e mails ein bisschen durchlesen oder so oder am computer oder was auch immer und dann hast du noch immer eine antwort zeit von einer stunde was meiner meinung nach eine wunderbare antwort zeit auf viele sachen ist weil wenn das so und das ich wollte ein bisschen dass das die idee der asynchronität hineinbringen e mail ist per definition ein asynchrones medium das heißt du schickst einmal was hin und dann irgendwann kriegst du mal was zurück wenn aber der andere sozusagen erwartet dass wir am telefon dass du instant antwortest so wie wir hier quasi einen dialog führen mit zurück und vor dann ist das ja komisch in diesem medium das macht ja keinen sinn ich meine wir haben jetzt chat erfunden wie teams und so da könnte man argumentieren da wird das ein bisschen mehr erwartet aber dort ist in wahrheit genau dasselbe es gibt ganz selten so dringende sachen die sofort kommen müssen also die empfehlung wäre ganz klar nimm dir mal einen zeitraum den du erstens für dich irgendwie verantworten kannst und wo du das gefühl hast da hupfen nicht alle an zweitens leg es ein bisschen offen sagte einem chef oder anderen mitarbeitern wer auch immer sich dann beschweren kommen würde ich meine ich glaube die meisten würden es eh nicht das wie wir auch schon öfters gebetont haben in deiner job description steht nicht drinnen größter e mail beantworter aller zeiten sondern da steht halt drinnen bring was weiter auf deinem thema schau dass die sachen funktionieren schau dass die sachen laufen et cetera da kommt nie e mail vor aber gleichzeitig lassen wir uns den arbeitsalltag diktieren von diesen e mails also da glaube ich wirklich her zu gehen nimm einfach mal diesen 45 minuten 15 minuten split her wo du arbeitest das ist schon eine durchaus lange session für eine konzentrierte die besession und dann hast du 15 minuten zeit aufs klo zu gehen was zu trinken und ein paar e mails zu beantworten und dann geht es wieder weiter ich glaube ich würde nochmal vielleicht kurz auf diese hände benachrichtigungen eingehen weil jetzt hast du über e mails eigentlich sehr spezifisch schon gesprochen und die wichtigen punkte herausgehoben was er glaube ich bei ihm bei 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 handys sehr sehr oft passiert ist dass man sich gar nicht bewusst ist wie viel benachrichtigungen kommen und ich glaube eines der ersten tipps auch die in diesem team ferris beitrag drin sind oder vielleicht habe ich das auch anders gelesen wie dem auch sei ist dass das erste was man machen muss ist die screen time einschalten das heißt das getrackt wird was man wie wo macht wie lang ist man am handy welche programme poppen auf das ist dass das um und auf dass man das mal zuerst macht weil wie wir es auch vorhin gesagt haben ja in unserem coaching gehen wir auch zuerst mal in eine in ein assessment also erstmal müssen wir die ganze situation überblicken wo könnten denn irgendwie prozesse optimiert werden und deswegen muss ich das machen das heißt ich sehe dann okay mein news app blinkt 15 mal am tag und jedes mal wenn das irgendwie blinkt und dann habe ich auch noch den ton eingeschalten höre ich 15 mal mein 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 news app also wohl gemerkt das hat dann gar nichts mehr mit der arbeit zu tun aber es zieht mich aus der arbeit raus das heißt ich glaube auch da gibt es ganz ganz viele dinge die muss man erstmal im detail anschauen und auch da wenn man wenn man wirklich ganz ganz hart sein will und in dieses ganze benachrichtigungsthema sage ich mal sehr aus ausführlich da hinein gehen möchte dann schaltet man tatsächlich alle benachrichtigungen aus also dann ist das einzige was durchkommt sind anrufe dort ist das handy laut und der rest kommt gar nicht durch also ich glaube das auch einer der tipps die datoren sind die ich auch seitdem quasi gemacht habe mein handy ist tatsächlich immer auf laut und das habe ich mal irgendwie paar leuten gesagt so wie wie das ist immer auf laut naja ist so weil ich bekomme keine benachrichtigungen also das einzige was laut bei mir durchkommt ist ein telefon anruf und das ist dann klar ja also es gibt natürlich bei bei wichtigen besprechungen einen nicht stören modus ja den den habe ich natürlich an was aber klar ist ja dann bin ich wieder in diesem in dieser konzentrationsphase eines eines telefonats zum beispiel aber alle anderen benachrichtigungen höre ich tatsächlich nicht und das ist irgendwie so noch immer für viele ein komischer gedanke dass wie dann hörst du nicht wenn dein whatsapp klingelt nein habe ich nicht weil wozu wenn ich auf mein whatsapp schauen möchte dann schaue ich auf meinen whatsapp in dieser freien zeit von zehn minuten wenn ich die mal habe also es ist irgendwie darf man nicht vergessen beim handy kommen noch viel viel mehr dinge rum als jetzt nur quasi emails die vielleicht primär am rechner passieren absolut und ich kann es wirklich nur empfehlen einmal in die einstellungen hinein zu gehen dort kann man einstellen erstens diese roten patches und man wird dann erst erleben wie das anders ist wenn da auf einmal nicht überall steht ja übrigens du hast noch 223 offene nachrichten drinnen dann die töne natürlich sowieso und dann aber auch eben vielleicht noch ein zwei sachen dann sollten sie schon abrunden die 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 tipps und tricks sozusagen also es hat ja das iphone zum beispiel und ich nehme an die anderen auch dieses tolle feature wenn du es hochhebst schaltet sich von alleine der bildschirm an was ja prinzipiell ein tolles feature ist hat aber den nachteil dass wenn du dein handy von links nach rechts legst aus welchem grund auch immer dass du auf einmal schon wieder irgendwelche nachrichten vielleicht sie ist die da drinnen stehen also ausschalten dass das sich von alleine einschaltet machst bewusst dass du es einschalten muss das zweite was finde ich total viel hilft also mir zumindest vielleicht aber ist ein tipp der wem anderen auch hilft das handy nicht mit dem display nach oben zu legen sondern es immer mit dem display nach unten zu legen ich finde das macht einen riesen unterschied wenn dann kannst du es nämlich sogar am tisch liegen haben bei dir und es ist ansonsten siehst du immer einen augenwinkel dass da gerade irgendetwas kommt man könnte auch das natürlich alles ausschalten ist klar ja aber dann wird es halt noch irgendwie komischer und wenn du es umdrehst dann ist es wieder ein absichtlicher akt von okay jetzt möchte ich nachschauen warum auch immer und wir haben für heute noch gar nicht die ganzen sachen wie news seiten online überhaupt anzuschauen während dem arbeitstag gestriffen aber auch die kommen natürlich viel davon weil einfach immer wieder mal impulse kommen über e-mails nachrichten et cetera also blenden wir das mal aus und sagen einfach schalt dein handy so weit wie möglich auf lautlos schalt diese badges aus die dort kommen und schalt überhaupt ein e mail und chat programm vor allem auch aus aus beruflicher sicht wenn da irgendwie ein rückstrom kommt sozusagen du bist nicht responsive genug dann probier zu erklären warum du das machst und wieso du der meinung bist dass das deine arbeitsleistung massiv erhöhen wird ich glaube das sind so die drei vier fünf tipps die man auf dieser ebene gut mitgeben kann und in klammer sauber noch ein separates thema ist wie man solche e-mails gestaltet weil auch da ist ja keil newport ein mittlerweile gar nicht spezialist geworden durch dadurch dass er einfach so viel zählen wie forscht zu dem thema und er hat ein e mail buch geschrieben dass man ja sehr wohl in dieser e mail kommunikation auch noch mal rahmen setzen kann wo es dann deinem gegenüber klar wird wie sie mit dir kommunizieren sollten per mail also wie jetzt gesagt dass der also da ist quasi dann klar welche response times oder welche art von response man dann irgendwo bekommt wenn man tatsächlich ganz viele e mails hat dann muss man einfach einen rahmen machen mit bitte schreibe in den betreff genau was du möchtest schreib bitte rein ob du jetzt von mir rückmeldung erwartest oder nicht schreib rein was die deadline ist und danke auf wiedersehen also beschreib ich in deep work ein paar unterschiedliche strategien aber das ist eben ein anderes thema darf nicht vergessen sind auch ein wichtiger wichtiger rahmen absolut also sich da ideen und und grundlagen zu haben ist einfach mal spannend wie immer schwierig natürlich ja aber gute gute ideen gibt es auf alle fälle die man mal einfach probieren kann und zu schauen kann was gelingt und was nicht gelingt ja hätten wir das auch hätten wir benachrichtigungen danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal ist dann